Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht komplett aus der Haut fahre. In den einen Video habe ich euch doch erzählt, wir haben es geschafft, neue Wohnung, endlich. Es ist einfach unglaublich, was hier in diesem Land abgeht. Das erste Mal in der Wohnung, die wir uns angeschaut haben, wo wir leider Gottes zurücktreten mussten, weil sie schimmlig war und alles. Der Typ, ja, geht nicht mehr an sein Telefon. Wir haben es ja damals versucht, ihn angerufen, angeschrieben, weil er uns zugesagt hatte, Oktober, September. Ist die Wohnung fertig. Der meldet sich einfach nicht mehr. Gott sei Dank haben wir ja eine neue Wohnung. Vor einer Woche schauen wir uns eine Wohnung an, wo wir eine Zusage bekommen. Die wissen von den drei Kindern. Ich sagte den Eigentümern noch, wir haben uns ja privat mit den Eigentümern getroffen. Überlegen sie sich das gut, sie sollen ein gutes Gefühl haben. Dies und das und jenes. Ja, ja, ist alles gut, ist alles gut. Wir machen das, wir machen das. Wir kriegen die Zusage der Wohnung. Die Vermittlung, die den Eigentümern die Wohnung vermittelt, für die Eigentümer die Wohnung vermittelt, ruft uns noch an und sagt, ja, wir machen dann die Übergabe und dies und das und jenes. Gucken sie mal, ob sie diese Wohnung hier vielleicht schon einen Monat früher verlassen können. Dann sind sie vielleicht Weihnachten schon in der neuen Wohnung. Jetzt kriege ich einen Anruf. Passt auf, das ist unfassbar. Jetzt kriege ich einen Anruf. Ich habe mich um eine Nachmieter für diese Wohnung gekümmert. Wir haben uns darum gekümmert, dass wir hier einen Monat früher raus können. Haben uns auf die neue Wohnung schon gefreut. Weihnachten in die neue Wohnung rein, zack. Weihnachten feiern. Endlich geschafft. Jetzt ruft ihr uns an, um uns eine Woche später mitzuteilen, dass die Eigentümer, die HH-Punkt, sich anders umentschieden haben. Ja, eine Woche später, nach Zusage, kommt auf einmal doch eine Absage mit der Begründung, man habe Bauchschmerzen wegen den Kindern. Wegen den drei Kindern hat man Bauchschmerzen. Freunde, ich könnte heulen, ich könnte schreien. Ich bin so wütend, fassungslos und weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe der Vermittlerin gerade gesagt, das ist jetzt nicht ihr Ernst. Die Wohnung hier ist weg. Wir haben jetzt nicht nur drei Monate Zeit, eine neue Wohnung zu finden, sondern zwei Monate. Wir haben die mündliche Zusage und die Zusage von ihnen bekommen, dass wir die Wohnung kriegen. Jetzt kommen sie mir mit einer Geschichte um die Ecke, dass sie sich umentschieden haben, mit der Begründung, man habe Bauchschmerzen wegen den drei Kindern, obwohl man doch vorher wusste, dass eine Familie mit drei Kindern da einzieht. Was ist mit diesen Leuten los? Was ist mit diesen Menschen los? Wir haben uns mit der Vermittlerin die Wohnung angeguckt, haben extra nochmal einen separaten Termin mit den Eigentümern gemacht, weil wir natürlich die Leute kennenlernen wollten, damit die uns auch kennenlernen. Ich erzähle denen die Geschichte, was uns passiert ist mit der Einwohnung, dass wir einfach die Wohnung nicht nehmen konnten, zwecks Schimmel und extremen Mängeln, dass der Typ sich einfach nicht mehr meldet und jetzt ziehen die so ein Ding ab. Die Nächsten, und das, was mich am meisten wütend macht, es ist sogar ein älteres Pärchen, die nicht mal in dem Haus wohnen, die nur an Familien die Wohnung vermitteln, aber entscheidend haben wir dann wohl zwei Kinder zu viel. Ein älteres Pärchen setzt jetzt einfach ganz sporadisch eine fünfköpfige Familie auf die Straße. Unfassbar. Wir sind echt am Arsch jetzt. Ich kann es nicht anders sagen. Ich weiß gar nicht, ich finde wahrscheinlich auch gerade nicht die falschen passenden Worte, ich könnte einfach nur schreien. Ich bin ganz ehrlich. Ich bin stinkwütend. Und da muss mir die Vermittlerin nicht um die Ecke kommen mit. Ja, ich bin immer derjenige, der die schlechten Nachrichten übermitteln muss. Hören Sie mal. Falls die Eigentümer vielleicht meinen Kanal gesehen haben. Vermitteln Sie das doch mal meinen Kindern. Wissen Sie, dieses kinderfeindliche Land hier, es ist zum Kotzen. Die haben kein schlechtes Gewissen einer Familie zuzusagen, um ihr hinterher nach der Kündigung der eigenen Wohnung die Absage zu erteilen. Und das alles vor Weihnachten. Was ist mit diesen Leuten los? Was ist mit diesen Vermietern los? Die wissen, dass eine Familie mit Kindern einzieht und dann hinterher sporadisch mit einer Ausrede um die Ecke kommen, dass sie Bauchschmerzen wegen Kinder haben. Diese Gesellschaft hier... Wisst ihr... Wisst ihr... Eigentlich habe ich in der Vergangenheit immer für andere Leute gespendet und auch darauf aufmerksam gemacht. Jetzt brauchen wir mal Hilfe. Dringend. Klingt beschissen. Es ist aber leider so. Ich sage an allen danke, den großes Herz haben und uns jetzt irgendwie helfen und unterstützen können. Man verliert so langsam den Mut. Unter Kont восп wore Onze das ist dass er so leicht braucht. Man verliert... Wir werden so Zeit